und damit schön dass ihr heute wieder eingeschaltet habt heute schauen wir uns mal das OnePlus Nord 2 und es werden viele sagen hmm davon habe ich ja noch ganz gehört aber es ist schon ganz sicher bestätigt denn wenn man auf die OnePlus Seite geht und zu der derzeitigen Aktion zu der ich auch noch kommen werde dann steht unten gilt für Geräte und dann steht der OnePlus Nord 2 dass eine zweite Version kommen wird davon war ja davor auch schon immer wieder die Rede aber jetzt ist es damit wohl offiziell natürlich ist noch nicht so viel bekannt ich gehe aber davon aus dass das Smartphone so nächsten Monat rauskommen wird so circa das sagt zumindest so die meisten ich gehe auch davon aus dass es ganz gut passen müsste ich glaube das OnePlus Nord kam auch so um den Zeitpunkt rum aus war auch einer meiner ersten Videos dazu habe ich auch schon ein Video gemacht habe aber damals auch sehr gut gefallen und auch diesmal bin ich an der Überlegung mir das OnePlus Nord zu holen da ich sowieso ein neues Smartphone suche ja es ist schwierig da OnePlus mir in letzter Zeit nicht ganz so gut gefallen hat da diesmal schon ist einfach zwar alle High End worden aber nicht mehr das was sie früher mal waren deswegen ist das Nord aus dem Grund sehr interessant da dabei dann Stadia Setup mitgeliefert wird was noch doppelt für mich interessant wäre aus dem Anfang Grund da ich überlege mir ein MacBook zu holen und dann einfach Gaming ganz klar auf Stadia auslegen überlegen würde besser gesagt um mir damit erstens eine PS5 oder so zu sparen die man sowieso nicht bekommt dazu noch das zu sparen mit der Grafikkarte zu holen und dafür einfach dann das ganze Gaming über Stadia zu machen was dann inklusive mit meinem Handy wäre was ich sehr geil finde da muss ich aber noch schauen kommt natürlich darauf an wie viel das Nord 2 kostet und was es bietet ähm Gerüchte zur Folge ähm gehe ich davon aus dass wir ähm einen nicht Snapdragon haben das ist sehr interessant das nehme ich zum ersten Mal das nämlich OnePlus kein Snapdragon mit rausbringt sondern einen Mediatek Mediatek der meinte ist die 1200 dieser ist ein Ticken besser als der Snapdragon 765 860 und soll so knapp oder so mitten unter dem Snapdragon 888 liegen was eine sehr sehr gute Performance ist und der Unterschied wird man wahrscheinlich kaum merken zusätzlich dafür haben wir auch noch direkt 5G bei dem Mediatek Prozessor dabei und noch dieser wurde schon im Redmi K40 Gaming was aber leider nicht nach Deutschland kommt und ähm aber jetzt lass mich überlegen ähm im Realme GT2 Neo verbaut glaube ich zumindest ähm und deswegen wurde der schon noch ein paar verbaut und sollte natürlich für ein bisschen Preis sorgen da dieser Prozess einfach günstiger ist ähm an dem Display soll sich nicht so viel ändern auch in der Wiederhol-Bild Wiederholrate ähm soll bei 90 Kats bleiben was für mich völlig okay wäre da hätte ich keine Probleme immer 120 Kats ist natürlich immer besser aber ich kann es mir auch gut vorstellen auch die Auflösung soll dabei bleiben was ich auch okay finde dabei soll der Akku wahrscheinlich bei 4500 mAh liegen das ist wenn wir bei 65 Watt ähm Charging kriegen ähm ich glaube das ist Dwarf Charger oder so bei ähm OnePlus was natürlich sehr sehr geil ist finde ich zumindest persönlich und dass man auch hier das einbaut ähm dann ist natürlich auch noch der Preis natürlich immer die Frage weil ähm wenn es beim gleichen Preis von dem Note liegt inklusive dann dem Stadia Angebot wäre das natürlich schon sehr sehr geil da wir bei Stadia dem Zeug bei ca. keine Ahnung 120 Euro liegen wenn man sich das hochholen würde ähm ist das natürlich schon eine Überlegung wert auch vor allem für mich der natürlich auch so 400 Euro schon für sein Handy ausgeben wollen würde wenn wir jetzt aber das gleiche Display haben und dann wahrscheinlich ein bisschen besser Prozessor ähm was ist dann noch anders und das ist auch die Kamera denn wir haben kein 48 Megapixel Sensor sondern einen 64 Megapixel Sensor und dazu noch ähm vielleicht nur ein oder vielleicht auch zwei 2 Megapixel Sensor und dazu noch ein 13 Megapixel oder 8 Megapixel Ultraweitwinkel Sensor ähm davon kann man ausgehen man ist sich aber noch nicht ganz sicher aber das ist natürlich immer eine Frage ähm das ist aber natürlich immer eine Überlegung aber ähm ich gehe davon aus dass wir hierbei ein 64 Megapixel Sensor haben werden was auch für sehr gute Bilder sorgen sollte und natürlich auch wieder ein Vortrag gegenüber den 64 Megapixel vom letzten ähm Note ist insgesamt finde ich das Smartphone sehr sehr interessant auch fraglich ob ähm dem OnePlus das ganze so äh ankündigen wollen würde oder wollte ähm durch diese Aktion ähm aber es ist natürlich schön das zu erfahren und ich freue mich auch sehr auf dieses Smartphone das auch für mich interessant ist vielleicht kommt auch ein Video dazu von mir das Review so wie es da ist und dann natürlich noch eine Menge andere Videos über dieses Smartphone da könnt ihr euch wirklich schon mal drauf freuen auf mein neues Smartphone und auch vielleicht ist es auch für euch interessant dieses Smartphone ähm ähm das OnePlus Note 2 ähm das OnePlus Note 2 müsste wenn es beim Preis von 400 Euro liegt zumindest lag das letzte der Note da ähm auch für viele andere für euch vielleicht interessant sein ähm vor allem dann auch noch mit der Stadia Aktion ähm wirklich eine Überlegung wert und auch vielleicht wieder so ein Weg ähm das OnePlus wieder mehr anregt es zu kaufen dadurch dass einfach nicht mehr dieses High End ähm was sie jetzt gemacht haben mit den 9 und 8er Serie ähm deswegen ist das natürlich schon eine Überlegung und ihr könnt auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben ich würde mich sehr über ein Like und auch von damit ihr unterstützt nämlich einfach völlig kostenlos und dann seid ihr auch bei den Videos vielleicht dann von OnePlus Note wenn ich es mir hole dabei und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen bis dahin reingehen